Hallo und herzlich willkommen, ganz liebe Grüße aus Lübeck. Heute ist der beste Tag deines Lebens und wir sprechen heute über das Thema 5G zusammen mit Marlene, die wieder da ist. Wunderlich nicht über mein rotes Auge, mir ist irgendwas ins Auge geflogen und hat mich da reingebissen, aber das geht auch bald wieder vorbei. Ja, also Thema 5G, Marlene, ist ein Thema, da haben wir ein bisschen gebraucht, bis wir uns dazu entschieden haben, das zu machen. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und es ist auch wirklich anstrengend, sich damit zu beschäftigen, weil es einfach so, also die Dinge, die man da so rausfindet, sind halt schon echt heftig. Sehr komplex auch. Genau. Und auch, ja, also man muss wirklich immer wieder sich mit dem Göttlichen verbinden, um mit diesen Sachen überhaupt sich auseinanderzusetzen, finde ich. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Also ich schwanke selber zwischen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir alle sterben. Wie du ja weißt, bin ich sowieso schon hochfrequenzsensibel und auf der anderen Seite muss man sich immer wieder klar machen, wir müssen uns wehren, wir müssen aktiv werden, wir müssen aktiv sein, wir müssen wirklich alles tun, was in unserer Macht steht, um das zu verhindern. Und dann gibt es natürlich, ja, aus der esoterischen Ecke, da gibt es dann, ja, ja, das wird sowieso kommen, wir müssen einfach nur unsere Einstellung ändern, wenn wir unsere Energie hoch genug schwingen lassen, dann kann uns das nichts anhaben. Und da habe ich dann auch so gewisse Zweifel dran, weil ich spüre es ja direkt körperlich. Ich spüre Hochfrequenzstrahlung direkt körperlich und ich habe bislang noch nichts wirklich, keine wirkliche Antwort gefunden, wie man sich wirklich schützen kann, dass diese körperlichen Symptome nicht mehr da sind. Außer die Ursachen eben abzuschalten. Ja, außer die Ursachen abzuschalten. Und bei 5G, 5G, das steht für fünfte Generation des Mobilfunks und fünfte Generation, das klingt so wie bei Windows, was weiß ich, 2.0, 3.0 und dann 97 und dann 10 und, und, und. Aber so einfach ist es nicht. 5G ist etwas völlig anderes. Da werden also, da kommen Frequenzen zum Einsatz, die sich praktisch schon im Millimeter-Bereich bewegen. Und die, was daran anders ist, ist eben, dass die Weite, die Entfernung, die ist sehr viel kürzer. Das Signal geht nicht so weit. Es geht aber durch Wände durch, das müssen ja trotzdem auch wissen. Und es geht nicht so weit, heißt im Umkehrschluss, es müssen überall, müssen denn Antennen aufgebaut werden. Und zwar in einem Abstand von 10 bis 15 Metern. 10 bis 15 Metern. Das heißt, an jeder verdammten Antenne, an jeder verdammten Straßenlaterne wird eine Antenne eingebaut werden. Unsichtbar, sodass wir es nicht sehen. Das ist eben das Das sind so kleine Antennen, ne? Ja, ja, die sind klein und die kann man eben ganz gut in diesen Straßenlaternen tarnen und verstecken. Und eben das ist auch der Abstand, den es dann im Endeffekt braucht. Und das ist, das ist so eine dramatische Zunahme der Strahlenintensität. Wir sprechen also, wenn ich das richtig habe, einmal von 800.000 Sendemasten, die gebaut werden sollen. 800.000, da sprechen wir dann nur über Deutschland. Das ist das Schlimme. Und wir sprechen über 400.000-fache Strahlenbelastung von dem, was mal 1G war, als es losging mit den Handys. Das darf man sich mal vergegenwärtigen. Es wird, wenn 5G ausgerollt wird, wird es, wenn es flächendeckend ausgerollt wird, dann wird es keinen Platz mehr auf der Erde geben, der strahlenfrei ist. Und was machen dann die, die strahlenempfindlich sind? Ja, ja, so, genau. Es gibt ja Leute, die extra sich Stellen im Wald suchen, wo sie dann leben, weil sie einfach gar nicht mehr klarkommen. Da gibt es ja auch gar nicht so wenige. Also da gibt es sogar Zahlen von der WHO, die dürfen wir gerne vervierfachen oder verfünffachen. Aber die WHO spricht von einem Prozentsatz von 3,5 bis 5 Prozent der Bevölkerung, die bereits hochfrequenzhypersensibel sind. Und das wird nicht weniger werden. Also wie gesagt, die Zahl kann man gerne noch höher ansetzen. Und das wird immer mehr werden. Natürlich, weil immer mehr Leute immer mehr Strahlung ausgesetzt sind. Selbst jetzt mit 4G schon. Und man muss ja auch wissen, dass eben die Tatsache, dass es eben diese Menschen gibt, die eben wirklich so wie du sehr stark elektrosensibel sind, heißt ja nicht, dass die, die nicht elektrosensibel sind, dass die eben nicht auch eine Belastung haben. Nur sie spüren sie halt nicht, so wie du sie zum Beispiel spürst. Ja, ich bin ja von Hause aus eher hochsensibel und ich bin durch eine extreme Strahlenbelastung bin ich dann auch eben strahlensensibel geworden. Die Strahlenbelastung, da wusste ich aber nichts von. Ich wusste nur, es geht mir von Tag zu Tag schlechter. Das war echt eine kleine Falle in meiner eigenen Wohnung, die ich ja inzwischen schon lange verlassen habe. Jeder, also jeder Mensch, jedes Lebewesen, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Mensch hat Auswirkungen von Hochfrequenzstrahlung. Jede Zelle ist davon betroffen. Jedes Organ ist davon betroffen. Und eben auch, wie gesagt, jedes Lebewesen. Ob das Lebewesen das nun spürt und zuordnen kann oder nicht. Spüren tun es mehr Leute als Leute, die es zuordnen können. Die denken halt, wenn sie jetzt häufiger Infekte bekommen, wenn sie extrem erschöpft sind, wenn sie unter Stress stehen, dann führen sie das auf andere Umstände zurück, aber nicht auf die Strahlenbelastung, der sie jeden Tag ausgesetzt sind. Und es ist ja auch so, dass wenn man sich wirklich mal überlegt, einfach nur mal umhört, umschaut in den letzten Jahrzehnten, also die Krankheitsfälle, diese Zahl der chronisch Kranken, die Zahl der Leute, die Allergien haben und so weiter, das steigt ja wirklich dermaßen jedes Jahr an. Und ich meine, jeder von euch wird das selber wissen aus dem eigenen Umfeld, dass wirklich so viele Menschen, so viel mehr Menschen jetzt belastet sind oder plötzlich irgendwelche heftigen Infekte kriegen oder was auch immer. Das ist wirklich deutlich mehr, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Deutlich mehr. Und das hat mit Sicherheit auch mit dieser enormen Strahlenbelastung zu tun. Oh ja, oh ja. Interessant dazu, es gibt Zahlen von der DAK von 2017, Deutsche Angestellten Krankenkasse und die sagen, diese Zahlen, und da dürfen wir auch immer wieder noch ein bisschen was oben drauf rechnen, 80% der Erwerbstätigen haben Schlafstörungen. 80% der Erwerbstätigen haben Schlafstörungen. Und wie viele davon nehmen Schlafmittel? Wie viele davon nehmen Antidepressiva? Und wie viele davon haben nachts das WLAN an? Wie viele davon haben nachts das Handy neben dem Bett mit den mobilen Daten an? Und merken es nicht, dass das die Quelle ihrer Schlafstörungen ist und dass das die Quelle ihrer Depression ist, dass das die Quelle ihrer Angstzustände ist und so weiter und so fort. Ihrer Kopfschmerzen, ihres Bluthochdrucks, ihres Schwindels und so weiter und so fort. Genau. So, jetzt nochmal zurück zu 5G. Ja. Du hast ein paar Sachen recherchiert. Ja. Und teile uns doch mal, was du herausgefunden hast. Naja, interessanterweise ist 5G eigentlich ein Wattensystem. Das ist ein Wattensystem, mit dem man Menschen ausschalten kann. Mit dem man Menschen umbringen kann. Das ist schon mal so ein bisschen erschreckend. Das war aber auch schon so mit 1 oder 2G. 2G war auch schon, ist auch schon eine Waffe, die die Sowjetunion zum Beispiel genutzt hat, um die amerikanische Botschaft nicht lahmzulegen, sondern um die Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft bei permanenter Bestrahlung einfach krank zu machen. Also auch da, das war schon ein Waffensystem. Und 5G ist, nützt uns als Verbraucher eigentlich relativ wenig. 5G ist ein Lieblingskind der Industrie, weil man damit ermöglichen kann, das autonome Fahren des Autos, was gar kein autonomes Fahren in Wirklichkeit ist. Weil du kannst nicht mehr selber bestimmen, wo du hinfährst. Das bestimmt dein Auto. Und darüber hinaus das Internet der Dinge. Wenn es darum geht, super schnelles Internet zu haben, super stabiles Internet zu haben, da gibt es die Glasfasern. Die Glasfasern. Und damit hast du das schnellste und das stabilste Internet ohne Strahlenbelastung. Wenn es also darum geht, dann können wir das damit machen. Es geht um das autonome Fahren. Es geht um die totale Überwachung, um die komplette totale lückenlose Überwachung, die mit 5G einfach ausgerollt wird. Und es geht darum, das Internet der Dinge. Eben damit wird es auch schmackhaft gemacht. Internet der Dinge heißt, der Kühlschrank sagt dir, wenn die Marmelade alle ist oder wenn irgendwas, wenn das Gemüse alle wird oder wenn das Gemüse weg wird, dann sagt der Kühlschrank Bescheid. Die Heizung geht an eine Viertelstunde bevor du nach Hause kommst. Alexa sagt dir, was zu tun ist. Und Alexa beantwortet dir auch deine Fragen alle. Die Kaffeemaschine redet mit dem Toaster. Dass alles schon bereitsteht, wenn du morgens aufwachst und in die Küche kommst. Das ist das Internet der Dinge. Genau. Also ich würde sagen, es ist halt ein sehr, sehr hoher Komfort, der also praktisch so tägliche Handlungen halt nicht mehr nötig macht, aber zu einem sehr, sehr hohen Preis. Also ich brauche das alles nicht. Ich auch nicht. Also ich kann meinen Kaffee schon noch selber kochen. Genau. Aber es hat halt mit dem Preis der wirklich der hohen Verstrahlung. Was hast du noch über 5G herausgefunden? Was habe ich noch herausgefunden? Es ist klar, dass... Also es gibt sogar eine Studie von der Telekom selber finanziert, die besagt, dass diese Strahlung krebserregend ist. Aber das wird natürlich auch immer nicht so gerne kommuniziert. Das ist aber ein wichtiger Fakt. Diese Strahlung ist krebserregend und sie ist nicht nur krebserregend, also sie ist auch mutagen, heißt an der DNS wird Schaden angerichtet. Das heißt, wir bringen eventuell missgebildete Kinder zur Welt unter 5G-Einstrahlung. Und andererseits ist es eben auch nicht nur missgebildete Kinder, sondern erleiden auch selber DNS-Schaden, der dann einfach nicht mehr reparabel ist. Und wir sind dann einfach irreversibel krank dadurch. Das ist auch etwas, was wichtig vielleicht ist zu 5G. Und diese Informationen, ich denke ja immer so ein bisschen an Menschen, die ich auch kenne, die jetzt sagen würden, das ist alles total übertrieben und das ist alles nur so Schwarzmalerei, Panikmache und so weiter. Diese Informationen, die du zusammengesammelt hast, die hast du ja auch von... Wir werden natürlich diese ganzen Links, die hast du auch alle mitgebracht. Die packen wir in die Shownotes und in die Videobeschreibung rein. Das sind ja auch wissenschaftliche Informationen. Das sind durchweg wissenschaftliche Informationen. Da müssen wir auch gut unterscheiden. Es ist ja so, wir sind Menschen und da ist die Industrie. Die Industrie, die drückt einfach Dinge durch, die sie gut findet. Um einen kleinen Querverweis zur Masernimpfung zu haben, der Gesundheitsminister Spahn, der, das ist ein Lobbyist, der Pharma, der hat Jahrzehnte bei der Pharma gearbeitet und kriegt da einfach, drückt das, diese Impfpflicht will er durchdrücken, weil er eben von der Pharma einfach gepampert wird. Genau. So sieht es aus. Und so ist es hier nicht anders. Da haben wir die Industrie und die Bundesregierung hat ja nun auch diese Frequenzen versteigert an die Telefongesellschaften. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Milliarden das sind. 6,5 Milliarden. 6,5 Milliarden, die die Bundesregierung eingenommen hat. Das ist schon ein dicker, ein saftiger Happen. Und wenn das weiter ausgerollt wird, dann ist da noch mit Mehreinkünften zu rechnen. Und deshalb investiert die Bundesregierung eben auch einen guten Teil davon in den Ausbau dieses Netzes. Und da kannst du dann sehen, die arbeiten alle zusammen. Da sind einfach ganz klar wirtschaftliche Interessen, die stehen im Vordergrund. Und unser Recht, unser Menschenrecht, unser Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, das wird dabei gebeugt. Das ist auch eine Tatsache. Wir haben das Recht, zumindest in unseren privaten Räumen strahlenfrei zu leben. Das ist ein Grundrecht und das wird gebeugt. Weil das ist damit endgültig gehört, das ist der Vergangenheit an, wenn 5G wirklich installiert wird. Genau. Ja, was kann ich sonst noch erzählen? Es gibt einfach ganz viel zu sagen. Wir können gar nicht alles im Einzelnen hier ausformulieren, weil da müssen wir, glaube ich, vier, fünf Stunden sprechen. Und es geht einfach prinzipiell darum, dass 5G so gefährlich ist, dass wir es einfach verhindern müssen. Wir müssen es verhindern und wir werden auch unter diesem Video, werden wir dir verschiedene Links zur Verfügung stellen und werden dir zeigen, was du in deinem persönlichen Umfeld tun kannst, um dich zu wehren, um andere Menschen zu aktivieren, um vielleicht auch Regionalpolitiker dazu zu bewegen, Und deswegen, dass sie 5G stoppen in dem Bereich, 5G im Kanton Genf, im Kanton Jura, in Brüssel, in Florenz wird es 5G nicht geben. Da hat man sich also erfolgreich gewehrt. Das heißt, sich wehren ist nicht nur möglich, sondern es ist hier eine Überlebenspflicht, sozusagen. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass halt dieses Insekten- und Bienensterben, was wir ja seit vielen Jahren beobachten können, dass das eben auch mit dieser Hochfrequenzstrahlung zu tun hat. Und dass eben, es gibt auch Stimmen, die sagen, oder Wissenschaftler, die sagen, wenn dieses 5G breitflächig ausgerollt wird oder verwendet wird, dass dann wirklich noch viel mehr Insekten sterben werden dadurch, dass sogar Vögel dadurch sterben können, weil diese Strahlung so schädlich ist. Dass Bäume dadurch Schaden erleiden oder auch wirklich krank werden. Das heißt, es gibt also ganz viele Fakten, die also wissenschaftlicherweise oder gerade von Wissenschaftlern oder auch von Ärzten eben angeführt werden, die wirklich davor warnen. Also ganz besonders, wie zum Beispiel, dass eben das 5G einfach so ein bisschen wie in einer Mikrowelle, dass die Zelle oder der Körper sogar ein bisschen erhitzt wird. Nicht nur ein bisschen, 5G erwärmt die Haut und auch das Fleisch, was unter der Haut ist. Und bei Insekten ist es so, dass 5G eben die Körpertemperatur der Insekten erhöht. Und das überstehen sie auch oft nicht. Und du hast das Vogelsterben angeführt. In Den Haag sind ja auch Feldversuche mit 5G gestartet worden. Da sind hunderte von Vögeln, von Staren, die sind gestorben in dieser Zeit. Die sind einfach von ihren Plätzen, von ihren Bäumen, wo sie übernachten, am nächsten Morgen sind sie einfach, also die sind morgens einfach tot vom Baum gefallen. Das zum einen, das wird in den Medien natürlich auch anders dargestellt. Und es wird auch in den Medien so zerpflückt, als hätte es nichts mit diesen Feldversuchen zu tun. Tatsache ist, es ist zeitgleich, es ist in dem Bereich passiert. Also es gibt einfach diesen direkten Zusammenhang. Dann gibt es bei den Bienen eben dieses Signal, dieses Piepsignal, was die Bienen dazu veranlasst, ihren Bienenstock zu verlassen. Und ich weiß gar nicht, in Schweden spricht man inzwischen davon, dass 80 Prozent der Artenvielfalt der Insekten schon weg ist. Und dass, wenn 5G ausgerollt wird, dass dann die Bienen sterben. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube Albert Einstein oder wer hat das gesagt? Der hat es gesagt, ja. Wenn die Bienen weg sind, dann sind wir auch nicht mehr lange da. Weil dann gibt es einfach nicht mehr, da gibt es keine Nahrung mehr, da werden die Pflanzen nicht mehr bestäubt. Dann leben wir hier in einer Wüste. Und weil wir nichts mehr zu essen haben, ja, dann wird es uns auch nicht mehr lange geben. Und darüber hinaus ist 5G ja nun auch einfach sehr lebensfeindlich. Es ist krebserregend, es macht krank, es geht an jede Zelle. Jedes Lebewesen, ob Pflanze, Tier oder Mensch, wird krank von 5G. Das ist in so vielen Studien einfach rausgekommen. Und das hat sich auch gezeigt, übrigens in Hamburg sind ja seit Mai 2018 im gesamten Hafengebiet ein großer Feldversuch gestartet worden mit 5G. Ich habe von Leuten gehört, dass diese tollen Wohnungen, die es dort gibt, dass die ganzen Spinnen, dass die flüchten in diese Wohnungen. Dass also in diesen Wohnungen ganz viele Insekten und Spinnen, große Spinnen sind, die es vorher da einfach nicht gegeben hat. Und die versuchen eben dieser Strahlung da zu entkommen, zum Beispiel. Und in Berlin ist auch ein Feldversuch zwischen Schöneberg und Berlin-Mitte. Und da gibt es, da haben wir auch einen Link unter dem Video, gibt es Berichte. Eine Betroffene hat sich da eben, die ist aktiv geworden und hat das publiziert auf YouTube, wie sie das also körperlich empfindet. Und es ist tatsächlich so, ich habe auch eine Patientin, deren Mann eine tolle Wohnung da in der HafenCity hat und auf einmal Tinnitus hat und sie ist auch auf einmal krank. Und jetzt wird mir klar, worauf das zurückzuführen ist, weil da genau diese Feldversuche laufen. Also es ist so und es lässt sich nicht leugnen, dass 5G-Strahlung für uns absolut lebensfeindlich ist. Also für uns Lebewesen, nicht nur für uns Menschen. Für alles, was lebt. Für alles, was lebt, ist das einfach lebensfeindlich. Und was eben der wirklich große Vorteil ist davon, wir sind lückenlos überwachbar, lückenlos. Und es wird dann möglich, so Zustände zu kreieren, wie es in China schon der Fall ist. Dass gezählt wird, wie oft du über eine rote Ampel gehst. Das wird ja alles beobachtet. Das wird alles beobachtet. Und dann wird natürlich auch beobachtet, was du tust in deiner Freizeit. Es wird beobachtet, was du zu Hause tust. Auch das kann man dann eben lückenlos verfolgen. Und so nähern wir uns immer mehr diesem Zustand, dass wir nicht mehr selber entscheiden können, was wir tun. Und was ich mich halt frage, ist, dass diese ganzen Menschen, die dahinter stecken, die das ja auch ausführen, die sind ja dann selber betroffen. Sie verstrahlen sich ja selbst. Ich frage mich halt, ob denen das bewusst ist oder ob ihnen das gar nicht klar ist. Weil ich meine, es gibt ja diese Studien oder es gibt diesen Schweizer Rückversicherer, der eben Telekommunikationsgesellschaften nicht versichert. Weil sie wissen, dass diese Sachen oder diese Strahlung eben krebserregend ist. Das heißt, das ist ja bekannt. Und ich frage mich halt wirklich, weil sie werden ja genauso betroffen sein, die Leute, die das initiieren. Weil sie werden ja diese 5G-Strahlung auch überall abbekommen. Ja, ja, das ist eine wirklich berechtigte Frage und ich habe darauf aber keine Antwort. Na klar, aber wer weiß vielleicht. Also es gibt bestimmt eine Elite, die da ganz oben sitzt und die werden sicher Möglichkeiten wissen und kennen, wie sie sich schützen können. Gehe ich von aus. Und bestimmte Gegenden auf der Welt, ich glaube in Paraguay ist das, da haben ja auch einige Politiker ein Domizil, ein Rückzugsdomizil, da gibt es keine Strahlung. In Amerika, in Florida gibt es auch bestimmte Gegenden, wo dann eben die ganz high society ihre Domizile hat. Auch da gibt es diese Strahlung nicht. Sehr interessant. Das ist interessant und das ist vielleicht eine klitzekleine Teilantwort, aber was ist mit den ganzen Industriellen, die so euphorisch sind? Sind die einfach nur völlig verblödet und merken gar nichts mehr? Oder sind sie in den perfiden, in diesen perfiden Zerstörungsplan eingeweiht und haben Rückzugsmöglichkeiten? Ich weiß es nicht. Ja, darüber können wir tatsächlich nur spekulieren. Da können wir nur spekulieren. Also wichtig finde ich auf jeden Fall, wir haben jetzt einfach dieses Video gemacht oder dieses Interview, um einfach diese Dringlichkeit und diese Informationen so ein bisschen gerafft einfach dir zu geben. Und also das Video und den Podcast natürlich. Und einfach, wir haben ganz viele in den Shownotes, in der Videobeschreibung sind ganz viele Links. Ihr könnt euch weiter informieren, auch wenn ihr das googelt. Ihr könnt so viel Informationen finden. Das ist wirklich gigantisch zu dem Thema. Und wichtig ist einfach, dass wir lernen, generell, es sind ja viele andere Dinge, die mit uns gemacht werden, die einfach nicht gesund sind. Wie zum Beispiel die großflächige Ausbringung von Glyphosat oder anderen Pestiziden, um nochmal ein Beispiel zu nennen, oder so Sachen wie Zwangsimpfung. Es ist einfach wichtig, dass wir uns klar machen, dass unsere Lebensgrundlagen wirklich ganz aktiv bedroht sind und dass wir einfach was unternehmen müssen. Und dass es einfach nicht mehr ausreicht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, es wird schon irgendwie gut gehen oder ich kann eh nichts tun. Wir müssen wirklich für unser Leben und auch für unsere Lebensgrundlagen eintreten. Und gerade, das ist ja, ich habe mich da weniger damit beschäftigt als du, weil ich einfach damit überhaupt nicht klargekommen bin, mir diese Sachen reinzuziehen. Das geht mir aber tatsächlich ähnlich. In dieser Tiefe, wie du das gemacht hast. Weil es ist natürlich, es ist ja wie ein Science-Fiction-Albtraum, wenn man das liest. Also man kann es sich ja gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele sagen, naja, das ist ja sowas von absurd. Das kann ja gar nicht sein. Aber Fakt ist, was wir vorhin gesagt haben, dass wirklich diese, das was halt immer, was wir alle beobachten können, die Zunahme an Krebserkrankungen, die Zunahme von allen chronischen Erkrankungen in den letzten Jahrzehnten, ist sowas von drastisch. Das ist kein Zufall. Und das bedroht uns wirklich alle. Das ist natürlich nicht nur die Strahlung, das sind auch andere Faktoren. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir uns diese Dinge bewusst machen, dass wir uns diese Dinge ganz bewusst anschauen und dass jeder von uns wirklich sich auf den Weg macht, was zu tun. Und die Dinge wirklich, wir brauchen einfach ein neues Lebensumfeld, eine neue Einstellung zur Erde, zur Umwelt, dass wir genau wissen, wenn es nicht irgendwelche Fliegen sind, es sind nicht irgendwelche Bienen, die betroffen sind oder irgendwelche Vögel. Wenn die betroffen sind, sind wir ganz genauso betroffen, da gibt es keine Trennung. Und wenn Bäume sterben wegen zu viel Strahlung oder dann ist es etwas, was uns genauso angreift. Und die Bäume zum Beispiel schenken uns den Sauerstoff, den wir so dringend brauchen oder sorgen dafür, dass eben das Klima stabil bleibt und ziehen Regen zum Land. Und die werden ja extra noch gefällt jetzt, die Bäume, weil die gerade um Kindergärten und um Schulen und entlang von Bahnschienen und entlang von Autobahnen werden massiv viele Bäume gefällt, weil sie der Strahlung im Wege stehen. Also weil diese Strahlung nicht durchkommt, wenn da Bäume dazwischen sind. Genau. Okay. Also es ist auf jeden Fall etwas, wo wir wirklich aktiv werden müssen. Es gibt Unterschriften, Aktionen, die wir auch verlinken. Und ich glaube, das ist sehr, was auch wirklich sehr sinnvoll ist, ist das, was Marlene vorher schon angesprochen hat, dass man halt wirklich da, wo man lebt, dass man da wirklich zu den Verantwortlichen geht, weil man kann ja da hingehen, Kontakt aufnimmt und sagt, hey Leute, was ist geplant? Und wisst ihr schon über die Risiken von 5G, dass man denen auch wirklich Studien gibt oder Dokumentationen von Ärzten, von Wissenschaftlern, die sich wirklich dafür engagieren, dass es eben nicht durchgesetzt wird. Also da kann jeder wirklich was tun. Es gibt da echt ganz viele Möglichkeiten und Aufklärung ist halt total wichtig. Das Ding ist halt, es ist halt bei, gerade bei Dingen, die unsichtbar sind, ist es natürlich schwer, weil man sieht es nicht, man riecht es nicht. Es ist einfach, viele sagen, das gibt es nicht, weil ich merke nichts. Und gerade deswegen ist da auch gerade in diesem Bereich so eine Aufklärung eben so, so wertvoll und so wichtig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da gemeinsam einfach dafür sorgen, dass diese ganzen krankmachenden Techniken, die uns wirklich nicht weiterbringen, die wir auch nicht brauchen. Also Marlene hat gesagt, es gibt Glasfasernetze, wir können superschnelles Internet haben, das ist einfach nicht der Punkt. Und ich war gestern am Meer und es war einfach nur super angenehm, da zu wissen, da ist einfach kein Empfang und das ist einfach eine strahlungsfreie Zone. Und man muss nicht ständig auf Empfang sein, sondern man kann einfach auch mal die Natur genießen und sich selbst genießen. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und Zuhören und Marlene, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das ist ja wirklich wichtig, dass wir da wirklich alle zusammenhalten und alle zusammen für unser Leben einfach einstehen und sagen, und sagen, hey, stopp, 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 5G muss gestoppt werden. Und dafür sitzen wir hier und dafür rufen wir dich auf, es geht um uns alle, es geht um unser Leben, wir müssen 5G stoppen und alles dafür tun, dass das wahr ist. Dankeschön. Danke, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis bald. Alles Liebe. Danke. 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 Danke.